Was will, wen Metrorabit heute realisiert, fühle? Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der DB-Regio Metrorabit. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Nächste Station. Düsseldorf, Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zu den Zügen in Richtung Leverkusen und Köln, Duisburg und Essen, zur S-Bahn in Richtung Düsseldorf Flughafen Terminal, Kettwig, Mettmann, Solingen und Langenfeld, zur Stadtbahn sowie zum Fernverkehr. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station. Köln-Messe, Deutz. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr. Es besteht Übergang zur Stadtbahn. Richtung Leverkusen und Düsseldorf, bitte in die Linie S6 umsteigen. Richtung Bergisch Gladbach, bitte in die Linie S11 umsteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Exit to the left in the direction of travel. Nächste Station. Köln-Bonn Flughafen. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr. Next Station. Cologne-Bonn Airport. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Exit to the right in the direction of travel. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Region. Mertro Rapprit. www.imarschine.loll